Uschi? Mein Mann, er hasst abtrocknen. Aber heute habe ich eine Überraschung für ihn. Bist du fertig? Nee, hilf mir doch abtrocknen. Nicht, wenn es sein muss. So, jetzt kommt die Überraschung. Hey, der Teller glänzt ja schon. Ohne abtrocknen. Wieso glänzt er so toll? Dieser Glanz kommt vom neuen Motiv. Motiv ist ein völlig neuartiges Geschirrsspülmittel. Links haben wir mit einem normalen Spülmittel abgewaschen. Rechts mit dem neuen Motiv. Beide Teller spülen wir nach. Sehen Sie, beim normalen Spülmittel bleibt Wasser hängen. Daraus werden Tropfen flecken. Aber beim neuen Motiv läuft das Wasser nach dem Nachspülen in Sekundenschnelle völlig ab. Ihr Geschirr glänzt sogar ohne abtrocknen. Das schafft das neue Motiv mit dem Glanztrockner. Wenn alles so glänzt, dann brauche ich kein Geschirrtuch mehr. Holen Sie sich das neue Motiv. Das neue Motiv schafft glänzendes Geschirr sogar ohne abtrocknen. Das war forgetting. Das war mit dem Geschirr zum Keinchen. vom�en der Nachflkan des continent- und überwindenbrenn hay. vauslangen am B sister und mir überall noch ein Foster. oops Das ist immer noch ein夢. Untertitelung des ZDF, 2020